Du suchst eine leichte, zuverlässige und biegefeste Sonde? Dann bist du bei der Carbon Probe 280 Speedlock genau richtig. Diese verfügt über ein speziell entwickeltes Speedlock Arretierungssystem für eine schnelle und effektive Bedienung. Durch die zentimetergenaue beidseitige Sondenskalierung lässt sich die Tiefe der Sonde im Schnee exakt bestimmen. Die zugfeste, langlebige Spannkordel für maximale Stabilität des Spannsystems der Sonde. Für mehr Sicherheit im Schnee.